Musik Kompetenz in technischen Anlagen seit über 100 Jahren. Heute ist die patentierte Feluva Pumpentechnologie einzigartig. Und auch die weltweit größte Doppelschlauchmembranpumpe kommt von Feluva. Unsere Multisave. Im Bergbau, im Energiesektor, beim Pipeline-Transport und in der Prozestechnik. Überall werden Feluva Pumpen eingesetzt. Auch in der chemischen Industrie, Petrochemie und Pharmazie. Feluva Pumpen überzeugen auf der ganzen Welt. Sorgfalt und Rissen, die Basis für Qualität. Wir nehmen das Fließverhalten des Fördermediums genau unter die Lupe. Vor Ort entnehmen wir eine Probe und schicken sie zur Analyse an das Feluva-Labor. Es ist wichtig, zwischen homogenen und heterogenen Fluiden zu unterscheiden. Heterogene Mixturen enthalten Feststoffe mit hoher Sinkgeschwindigkeit und neigen zur Sedimentation. Hierfür hat Feluva die Lösung – Umkehrtechnologie. Wir fördern von oben nach unten. Feluva ist führend in der Pumpentechnik. Besonders gefragt ist unser Know-how bei der Förderung von kritischen Medien. Ein Team erfahrene Ingenieure entwickelt und konstruiert alle Pumpen mit den neuesten 3D-, CAD-, FEM- und CFD-Programmen. Im Herzen der einzigartigen Multisave-Pumpe umschließen Schlauchmembranen das Fördermedium. Im Takt des Pumpenhubes machen sie eine Bewegung, vergleichbar mit einer pulsierenden Vene. So erreichen sie einen hydraulischen Wirkungsgrad von 97 Prozent, auch bei zähflüssigen Medien. Feluva baut für jeden Bedarf. Möglich sind Fördermengen von 0,1 bis 1000 Kubikmeter pro Stunde und Förderhöhen von 60 bis 5000 Metern. Im Vergleich zu herkömmlichen Membrankolbenpumpen bieten Prozesspumpen mit Doppelschlauchmembran entscheidende technische und ökonomische Vorteile wie Prozesssicherheit und höchste Lebensdauer. Ihre Schlauchmembranen gewährleisten einen geradlinigen Durchfluss, ohne dass das Medium mit dem Pumpengehäuse in Kontakt kommt. Förderventile sind die einzigen wirklichen Verschleißteile. Dank innovativer Kassettenbauweise kann man sie ganz leicht und schnell auswechseln. Große Pumpen sind zusätzlich ausgestattet mit dem hydraulisch aktivierten Quick-Change-System, entwickelt von Feluva. Für einen sicheren und einfachen Austausch von Ventilinnengarnituren in weniger als 30 Minuten. Für Medien mit hoher Feststoffkonzentration oder Viskosität empfehlen wir Kugelventile. Für Fördermedien mit hohem Feststoffanteil oder wenn ein besonders gleichmäßiger Durchfluss wichtig ist, Doppelventile. Feluva schafft Sicherheit. Unser Akustiksensor am Ventilgehäuse misst und meldet Ventilverschleiß. Der Sensor erkennt bereits, wenn der Mengenverlust noch unter 1,5% liegt. Zuverlässig. Feluva-Getriebe enthalten Weltslager und kommen auf eine Laufzeit von mindestens 100.000 Betriebsstunden. Regelmäßig überprüfen wir Material, Ausführung und Maßgenauigkeit aller Bauteile der Feluva-Pumpen. Auf das Ergebnis dieses Qualitätsmanagements sind wir stolz. Feluva garantiert zertifizierte Qualität. Engineered and made in Germany. Wenn es um hydraulisch aktivierte Membran-Pumpen geht, ist Feluva Ihr Ansprechpartner mit dem entscheidenden Know-how-Vorsprung. Von der Entwicklung bis zum After-Sales-Service. Die hohen Qualitätsansprüche erreicht Feluva durch eine entsprechende Fertigungstiefe. Ein hochmoderner Maschinenpark mit CNC-Dreh- und Fräsmaschinen sorgt für absolute Präzision. Selbst die Ventilkugeln produzieren wir hier mit dem höchsten Maß an Genauigkeit. Höchste Qualitätsanforderungen stellen wir auch an die bedarfsgerechte Montage der Feluva-Pumpen. Alle Pumpen werden exakt ausgelegt, kompetent montiert und eingehend getestet. Darauf können sich Feluva-Pumpen verlassen. Und auf eine Lebensdauer von 30 Jahren. Feluva legt großen Wert auf die erstklassige Qualität aller Komponenten. Materialien wie Guss- und Schmiedeteile und Führungslager beziehen wir ausschließlich von namhaften Herstellern. Das Herzstück der Multisave-Pumpen sind Schlauchmembranen aus verschiedenen Materialien. Je nach Eigenschaft des Fördermediums entscheiden wir uns für den optimalen Werkstoff. Ein gut bestücktes Lager sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Sehr viele Ersatzteile können innerhalb von 24 Stunden beim Pumpen sein. Bevor wir eine Pumpe ausliefern, testen wir sie auf dem Feluva-Prüfstand 24 Stunden lang auf Herz und Nieren. Auch die integrierten Diagnosesysteme werden überprüft. So stellen wir eine optimale Effizienz und ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten sicher. Gigantisch! Dieser Koloss hat eine Grundfläche von 9,5 x 7 Metern und eine Höhe von 8 Metern. Insgesamt 20.000 Bauteile ergeben ein Gewicht von 150 Tonnen. Trotz aller Erfahrung, Routine und modernster Diagnostik, für alle im Feluva-Team ist der erste Herzschlag einer neuen Pumpe immer noch der aufregendste Moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017